so dass du kein schild um doch noch mal was gestern hatte ich in das war laut es ist wie zu leise hey insel verloren auch noch mal laufen können ja schön hier kann mir so viel raus alter falter und das waren richtig viele hier geil keiner sagt mehr was er eine gute namen mussten hier alle hinlaufen ich habe zugucken schön wir müssen auch mal auf wegsbuch hätte bestimmt auch was ach die typen hasse ich habe die feste aus dem darm geblutet war hier kam richtig das weiß ich noch hat er ist gar nicht da lampenfieber vom stream hat er ja wieder da stimmt hier waren das richtig viele verdammt noch mal hast du den ein woher noch ausgerüstet ist geil du bist jetzt live in mir gestorben alter ich sah dein gesicht so das muss ich mir im stream nachher mal angucken er rennt so auf mich zu und dann sagt da so in sich zusammen ich brauche deine hilfe nimmst doch zweite war so kannst du doch wechseln so sollen wir die alle am leben lassen für dich könnte wieder besuchen mache ich dabei hexe wenn sie gestorben ist ich habe das gefühl die könnten schon seit jahren es war 23 nicht also jetzt auch nicht einbauen können oder langweilig wenn wir jetzt sagen muss er das sind auch der junge geläutert gebeutelt werden mann und müssen gebeutelt werden also das kann ich mich gar nicht mehr erinnern jetzt ohne scheiß ach warte mann ach hier sind wir jetzt ein kapsel und sicher das sind die ganzen bugs zum spiel guck mal die laufen hier sogar schon ach der reguläre weg auf die brücke mensch aus mir rausgehen beim fetten kreuzmann dieser zeit einer von nacken geschlagen sagte ich habe einen kopf nach unten hängen weiß der rennt ja so wie ich stehe aber bei dem helm der video extra stream können ganz kleines tool hoffe dass in video das ding bald mal repariert dass man aus der beta rauskommt er ist das auch experte rechts rum so geil es ist jedes mal links gelaufen was schon süß ja weil ich die kur von der anderen kurver frei wechselt ist die eine größer wie die andere wo sie von der map her natürlich ich war ganz stolz wie ich hier oben drüber gelaufen bin nämlich hier mal hochgekommen bin früher jetzt ja geht immer so hey so ich bin der größte fand ich ganz toll und nebsch so 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 aha ich könnte noch eine linke barzelle das war schon ein perzweg hier runter wir haben jetzt auch nicht länger gebraucht wie mit der abkürzung ist wirklich viel länger oder ist schon seltsam eigentlich also schadensweig ladung heimfeil ich mir sehe jetzt im video schon mal auf die zwei drücken dann kommt die denn drücke ja komm hermann dabei ist das denn auch normal da ist die banane geplatzt war heißt es aber kauft glückwunsch glückwunsch obwohl die sechsten ist wie du war ich habe den entbruchskonig gekillt es ist was sagt er es ist habe ich bekommen was nicht hielt habe ich die waffe gewechselt achso still 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 Vielen Dank. Ja, schwul, verpiss ich mit der Karre, ab. Geht doch. Komische Typ. Ja, habe ich jetzt. Quatsch. Butterlode. Cronkite haben wir jetzt. Cronkite. Cronkite, wahr? Cronkite, Cronkite? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Cronkite. Sollen wir mal gucken, was hat sich die Map vor Augen? Coyle 81 ist dem Spiel beigetreten, aber ich habe keine Einladung. Ach, schon wieder die Scheiße. Drei weitere Spielebündel. Naja, das hat nicht mal... Nein. Das ist ein Sumpf. Trio macht da was gegen, Mann! Jetzt? Wow. Ach, das Dingeln! Jawoll. Die MDE. Oh, schon 81 Geekos. 81. 22 Radkappen. Mann, ey, schwein, dich doch nicht mit. Hauptsache, du verbrauchst, Mann! Quatsch, komm! Was hat richtig gesagt? Nein, das schon! Ach mann, der letzte macht das Licht aus, ey das Ding aus. Ach halt das Maul, auspannen! Hiha! Ich freu, ich freu! Ich freu, ich freu, ich freu! Ach, warte, ne Stream! Das ist ne Dream-Stream, Junge! Da ist aufzuhauen! Wo, ey! Oh, ey! Du bist mein Mann! Na komm, na komm, na komm, na komm! Boop, 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 boop! Yeah! Hahaha! Hm? Was für den Scheiß-Generator, Mann! Ja Mann, ich hab dicke Füße! Oh, gib mir das auf den Sack, ey! Hier wirst du starten! Warte, ey! Geschütze! Wir müssen sie ausschalten, sonst sind wir geliefert! Ich würd gern da wohnen, wo jetzt gerade der Burger King und der Pestweiser am Ausliefern ist, ey! Ist da irgendwo in der Gegend Putschkermont! Hammer, Alter! Burger King ist Schrott! Was? Burger King ist voll geil! Ja, tausendmal geil als meckes Mann! Das kann sein, aber selbstgemachte Burger sind am allerbesten! Selber machen das immer am besten! Also auch manchmal machen das so! Also es, ich rede vom Essen! Weiß ja nicht, was du da mit dem Kopf hast, Mann! Na los, mich schüchtern sein! Hä? Ihr könnt den Steif nicht aufhalten! Können wir wohl, können wir wohl! Wetten? Wetten? Habt ihr das gehört? Er hat Gegner gesagt! Jaaaaah! Starkoparade! Äh! NAAAN! Pfff! Ihr kommt zu spät! Die Melekesch wird den Strato-Träger und die restlichen E-Rap-Soldaten vernichten! Nie war zu spät als nie, ne? Fotofeuer seid wertlos! Schnell! Vielleicht kenne ich einen Weg rein! Warte, 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 warte! Verladung braucht noch! 5 Minuten noch! Nein, Quatsch! Einfach mal Stief-Kraft! Spitzel! Guck mal, da ist sie wieder! Gut! Schau dir da her! Er hat das Start-Aktivierung-Cloud-Werf! Ohne das können wir die Akte nicht aufhauen! Spitzel! 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 Ach komm, verreckt doch man! Yeah! Ha-ding! Hat leider etwas gedauert! Mäht nix! Zuckischer Rasse mehr! Cheat gun! Pfff! Braucht es mal nur 12 Aachen krass! Ich mein! Da war wirklich den ganzen Tag machst! Da kommst du immer zusammen! Geh mal dahin wo's in! Vorratskiste! Weil! Danke in Granat! Ich hab's noch nicht! Spau nicht schnell hin! Konsular! Mur! Ich bin nämlich auch! Auch zum Konsular? Ne! Was? Aufbereitungsanlage? Ja! Was da für'n Mur! Berlin ist geht nur mi! Wir haben's ja aufgereist in Berlin! Da steht geht nur M! Pff! die aufbereitung sagt okay habe ich auch lieb ja ja alles leer verdammt was ist denn alles hin alter spikes Ich brauche nicht. Gofe, was haben wir dann? Es bleibt nichts Oranges, das ist ein Satans. Es muss ja nicht. ich bin ganz schnell langweilig aber habt ihr wöchentlich und so alles komplett schon fertig so gelaufen warum nur schrottplatz aber noch ist aber die ganzen anderen eigentlich auch mal mit rennen was meinte bevor wir hier durch die gegend ich weiß aber nicht wie viel zu unten gibt so ab in den tiefen und blauen bohnen und so aber kann man ja raus richtig richtig macht ihr heute abend noch irgendwas wo ich als kleiner mit können ja natürlich wir machen die dailies um acht und neun und ich gerne mit ok er fehlt mir hier auch schon wieder der selbe scheiß wie gerade aber äh lass mal meine zu retten liegen tjo greif zu ja da darfst du nicht schlafen gehen ja bist du ich bin noch beim überfall da geht noch zwölf minuten zwölf minuten ja äh dann gehen wir zum überfall den brauch ich auch noch und noch die typen ich hasse die wolfmann so weiß es ist ja 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 penis genau darum das scheißen das cheater da liegt der nicht da liegt der nicht Bomberaffen ich muss ja mal meinen elektro booman guck mal ob der hier was bewirkt Ja, das ist verrückt, das bewirkt er. Die zucken ja auch, Mann. Ja, ja, ist klar. Betrüger. Achtet immer, Achtung, du Schmink. Oh, was ist das? Ich lebe. Ja, mit. All mir. Ich lebe die Zitter nicht. Er will, er hat Respekt. Ich hätte mich nämlich nur gesinnen und direkt geschossen. Ich habe euch lieb. Da zittern sie, da zittern sie. Ach, ich bin ein bisschen, ja, der Lärschwe, so mit Früchen. Die Schwimmbots. Aha. In die Fresse, in die Fresse. Ha, ha, ha. Hä? Ach, das ist doch das geile Ding hier, ne? Alter, das ist das doch. Und wo kommt er wieder hin? Zu mir. So, ihr schlechte Kamerad. Ich habe mal bei. Nein. Ist das überhaupt hier? Äh, Jettkart. Wo wir da oben rumgelaufen sind. Ist das die Welt überhaupt? Kein klar. War eine andere, ne? Äh, penis. Äh, penis. extrem ist du dich ja wieder ein na klar mit einem bomber sohn soll sich wenn schon hast du eigentlich recht hier war in dem häuschen da los ist ach hier kann man sogar mumpel holen zu mir es geht auch beim bau maus da wo die dinger hängen ich schieße mal die klingel hierhin die gehen sogar raus oder wie sie raus aber wenn du nach oben warte in hocken oben gucken oh ja jetzt geht es wieder ganz sicher seine waffe aufladen und von hinten die mumpelskiste die kugel herkommt ist das da draußen der creeper wir sind hier im häuschen es war nicht zu uns einfach zu kaltes fort warum ist noch einer einfach zu uns vor er kann sich raus schießen der klein weiter vielleicht an einer gewissen position wenn sich dann hin hocks anvisiert und nach oben steht da ist ja jetzt gehen wir teilweise raus aber da jetzt gezielt wirklich raus aber pvp hat das mal geklappt hat sich die container reingepackt alter hat einfach nach draußen ist noch die feinde das sniper folge und daraus muss ich auch hier aus da ist noch nie ja also von draußen auch hier aussieht wenn du hier so ein Ding hinstellst Boing Boing Soll ich meine nächsten Dockboxen holen Was kannst du? Soll ich meine nächsten Eliteboxen holen bei der Lockbox Welche Position? Weitere Borsche Beutauer Ja, doch Mumpel holt, der wird sich erschrecken Wird schön warten, wie seiner kommt Mumpel holen Mumpel holen Mumpel holen Ja, 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 komm Waffe auf Mann, hol dir doch mal Munition Mumpel holen 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 Fuh Trail da ist aber zu spät geilem öh, wat? ego level 469? was? bionet x mech zyklotron, wo gibt es den? hey, hb6 wolfhund auf level 20? was? alter hehehe äh hehehe äh? cheater dünnschild rausgekriegt eeeh echt? ja hat schein hellbraun oder mittelbraun? ein hütiges blaß zeug und zwei lilaser wow aus zwei boxen das nächste die leitungen sind defekt lass sie uns reparieren die leitungen hehehe ich mag sie nicht ich hasse ich mag sie nicht auch als ein cheater affen herrschen bildmann davon ist eine belagerung braucht ihr auch noch glaube ich brauche eigentlich gar nicht aus was ich guck mal gerade durch auch habe ich muss ich noch drei mutanten kisten 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Schimmelmeere Subter Legion Fall Was ist denn da brauchst du eine 4 Pro Option? Fall Stop Notch Strong Guide? Hammer? Worte Leute Ja wollte ich ja gerade bei euch laufen aber ich Der da zu nehmen Exer steht natürlich direkt wieder an so einer Tar-Kiste Ja Fragt einer nach und sie steht direkt davor Ich seh sie halt Also ich kann sie nicht mal auslöse aber ich seh sie Und ne block die? Ja Bisschen jetzt wird er bremmelt Keine Ahnung Ja und weg ist er Ja Aber eventuell Spawn zugleich weder Mechanisierte Jäger Einheit Endkampf in Silent Valley Guck mal hinfangen ne? Machen wir nochmal da laut weil ich würd dann was essen Ja 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 Also entscheidest was machen wir? Sehr lieb Also mal da laut Ich mach mobil Jo 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 Ne Jo Oh ja, ne blaue, ne blaue und ein orangener watchfrager mit bio ab live gesehen ich hab ich nicht hab ich nicht du hast einen anderen eingeladen hat den jetzt wieder los werden ja den will ich jetzt gerade nicht rauswerfen ich muss den Chatgang jetzt annehmen Chatgang du nimmst jetzt hart und kickst bitte äh äh so ident so ident oh wey ich hab die Gruppe verlassen wacht ihr denn da also startet mal ne ganz neu ja Junge öh ich bin rausgegangen ey lasst uns von Silicon lass uns von Silicon abbauen STRG Spielersuche Karte verlassen lasst uns zum Konsulat oder sonstwohin oder zum Krater von mir aus ja zum Krater Mann ist das eine scheiße mit dem Belli ey starte von da aus von die Schnellsuche und dann gehen wir in die Schattenmission riecht alles zusammen bup so äh wie kommen wir schon mal hier raus verlassen SRG und dann verlassen der hat mich abgelehnt der hat mich abgelehnt ganz einfach schmeiß dein Bruder raus Kette Kette Cheatgun jetzt sag ich mit meinem Gottmode ne Cheatgun BUM Juhu Yeah Es ist immer so blöd wenn ich jemanden in die Gruppe einladen möchte und dann verschiebt sich manchmal die komplette Freundschaftsliste Alleine kannst du es vergessen So jetzt können wir starten Das Kind Wilde Kacke Junge Wilde Kacke er darfst du so vor scheiße überall will der kacke mann die wilde hacke jetzt hast du leidig warum da musst du mal was essen mädchen ja bisher selber schuld da können wir ja nichts für jetzt kommt es erst mal ein verpflichtungen ach warum ist er scheiße jetzt sind wir der falsch lauf wenn geht er essen oder mit den helbuchs es doch so ein hellberg Achtung halt dein Maul ah bumm aufs Ende soweit es sei es ist eine bringe die mani am bei Boah, dicke Füß. 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 Was ist passiert, dass man Feuer hier spielt? Nein, geht schon. Was machst du? Holst du die am Kiosk? Oh, eins von mir mit, bitte. Weizen. Im unteren Bereich. Bitte? Im unteren Bereich. Weizen. → I E vast YOU Das ist so, als ob es ein Big Pooh. Ja Mann! aber was ist mit der waffe das ist die boomer bei dem gegner hier ich habe es ich drücke derzeit es geht um ja er meldet nicht jetzt ist an sich es ist ein weg ich geht noch mal noch viel schneller man weiß aber nicht das nicht mehr welchen ja ich weiß auch nicht welchen meine ist doch der dings hier er doppelt aber der bauch ist ja auch andauernd wieder zu weise aber trotzdem hat frau heißes höchste wieder geworden 13 kraft mal wieder ein eisenschutz 3 abendessen habe ich auch hergerichtet wo gehst du jetzt speisen marschmose und brunnen zog mit speck und med also bis später also bis später alles da liebchen los das schmeckt tschüss da sieht man es auch wieder tschüss kann tschüss kann tschüss kann so freunde gebt feinacht ich mache jetzt hier mal ein ok streben ist sie bitte noch mal wieder dann haben sie noch mal wieder und später ich ich mache mich noch süßchen arbeiter es ist hier vor ort am desktop strohhalm 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 wenn du sagst du gehst essen machen oder essen oder so dann kommst du öfters mal nicht wieder oder gehst kacken dann geh kacken und kommt nie mal wieder dann gehst du auf die couch schlafen du kannst ja doch nöber er legst dich mal ganz kurz hin nach am essen du willst doch gar nichts gemütter rauchen verbrennst die halbe couch weil die kippe hinfällt im schlaf mach die olle nicht wach AAAAAAAH eis Wo ist denn der ex alter 害 wer was zu wem doch여 hab deine ex gehört alter da da packst du was los komm mit hae ha hae he 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 działa